Hi! Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und einen Daumen nach oben zu geben. Catch my eyes und verbisst euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Für mich in diesem Video zocken wir Feuergefecht 3 vs. 3. Der Modus ist neu eingefügt worden. Eigentlich spielt man dazu, ja, mit seinen Freunden, aber naja, also ich hab leider keine. Und deswegen spiel ich einfach mit 2 Randoms gegen 3 Randoms, also 5 Randoms gegen mich. Let's go. Ja, Mann, der eine hat richtig Bock. 2, 1, let's go, Jungs. Wir heißen sie auf britische Art willkommen. Stuhl 405 Fouler und Clantec hat er Milk, holy shit. Vor allem, ich spiel ein 3 vs. 3 Modus. Schmutz! 2, 1. Was ist los mit mir? Oh, gut, Alter, muss ich ganz dringend. Los! Hä? Ja, Leute, jetzt erstmal spiel ich den Modus. Es steht 0 zu 4. Wir kriegen hart auf die Fresse. Also wirklich, stellt euch jemand vor, der hart auf die Fresse kriegt und multipliziert das mal. So hart kriegen wir gerade auf die Fresse. Oh nein, jetzt kommt noch so ein Schmutz-Snipe. Oh, nö. Oh, never mind, wir sind die besten Spieler damit. Ah! Let's go! Jawohl! Sieg! Wie kriegen die so auf die Fresse? Okay, Matchball. Oh Gott, Alter, wenn wir das jetzt wieder verlieren, wenn wir das jetzt wieder verlieren. Okay, Leute, Runde 2. Wir haben diesmal im Team MyFeedSmelt1 und HayesMau, Unterschied 52. Holy shit. Mit MP5. Ja, zweite Runde, 1-0. Wir verlieren. 3, 2, 1. Go, 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 go. Oh, mein Gott. Komm schon, Bro. Komm schon, Buddy, mach es. Hey, mein Team ist scheiße. Ey, dieser Modus macht dich so aggressiv. Du! Mein Team ist einfach shit. Dieses Aim. Junge, wenn er es verliert, ich breche. Ja! Einer geht nach links, einer nach rechts. Ich gehe links. Ausschwörm, Männer. Ausschwörm! Okay, kein... Hitmacher! Er spielt... Was war die Secondary, eine Stubriever oder was? Oh mein Gott, die Uzi. Ey, ich glaube es nicht. Ich dachte, wir müssen das Sniper, wir müssen spielen. Matchball, es ist schon wieder Matchball. Wir verlieren wieder. Ey, wenn wir das... Wenn wir die Runde verlieren... Ich habe keinen Bock mehr. Es gibt keine Drittrunde. Haltet die Fressen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Wir haben nicht, wie ich dann die Fremoter oder... Wir verlieren uns einfach mal vertrepes. Oh Gott. Bis zum nächsten Mal.